Besser essen ist jetzt ganz einfach. Mithilfe des Nutri-Score kannst du jetzt ganz schnell die Nährwertqualität von verpackten Lebensmitteln vergleichen. Der Nutri-Score ist ein einfaches und intuitives Logo, das eine Buchstaben- und Farbskala verwendet. Du findest es vorne auf der Packung. Das Logo wurde von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt. Jedem Buchstaben ist eine andere Farbe zugeordnet. Dunkelgrün, Hellgrün, Gelb, Orange und Rot. Der Nutri-Score hilft dir, einfacher und besser einzukaufen. Denn Joghurt ist nicht gleich Joghurt. Je intensiver die grüne Farbe auf dem Nutri-Score, desto günstiger ist die Nährwertqualität. Und umgekehrt. Je intensiver die orange Farbe, desto ungünstiger ist die Nährwertqualität. Mit dem Nutri-Score kannst du die Nährwertqualität von Produkten einfach vergleichen. Das heißt konkret Joghurts mit anderen Joghurts. Fertigpizzen mit anderen Fertigpizzen. Müslis mit anderen Müslis. Auch wenn die Lebensmittel von verschiedenen Marken stammen. Das gilt übrigens auch für Getränke. Was du nicht machen solltest, zum Beispiel einen Joghurt mit einer Pizza vergleichen. Beim Nutri-Score werden Lebensmittel pro 100 Gramm oder 100 Milliliter analysiert und nicht pro Portion. Denn nicht alle Portionsgrößen sind gleich. Auf diese Weise kannst du objektiv und einfach vergleichen. Bei gewöhnlicher Etikettierung wissen wir oft nicht, welches Produkt eine günstige Nährwertqualität und welches eine eher ungünstige hat. Mit dem Nutri-Score kannst du es auf einen Blick erkennen. Nährwertinformationen sind jetzt leicht verständlich. Das Nutri-Score-Logo ist auf der Vorderseite der verpackten Lebensmittel angebracht. Mit einem Blick kannst du die Nährwertqualität eines Lebensmittels erkennen. Und so einfach besser essen. Das Nutri-Score-Logo ist auf der Vorderseite der Vorderseite der Vorderseite.